Das Spa Hotel Malta liegt im Zentrum von Karlsbad, nur wenige Schritte von der Promenade an der Tepla entfernt. Auf der anderen Seite des Flusses befinden sich alle Kolonnaden und Heilquellen. Die Gartenkolonnade ist 150 Meter entfernt, die Mühlbrunkkolonnade 200 Meter und die Sprudelkolonnade 600 Meter. Die geringe Anzahl von Zimmern im Spa Hotel Malta garantiert viel Ruhe und eine individuelle Betreuung jedes Gastes. Es gibt insgesamt 26 Zimmer, von denen 21 Doppelzimmer und fünf Dreibettzimmer sind. Alle sind sie mit Fernseher, Kühlschrank, Safe, WLAN, Bad mit Dusche, WC und Haartrockner ausgestattet. Von den meisten Zimmern aus hat man einen herrlichen Blick auf die Kolonnaden. Zugang zum Hotel ist barrierefrei und eines der Zimmer ist sogar speziell für Menschen mit einem körperlichen Handicap ausgestattet. Die Gäste des Malta nehmen ihre Mahlzeiten im Restaurant des benachbarten Hotels Ruse ein, das nur 50 Meter entfernt ist. Dreimal täglich werden hier Speisen in Buffetform serviert und auf ärztliche Verordnung können auch Diätmahlzeiten angeboten werden. Das Bauhotel Malta verfügt über eine eigene therapeutische Abteilung. Für Arztterminen einen Teil der Behandlungen muss man sich aber dennoch ins benachbarte Hotel Ruse begeben. Im Malta können die Gäste klassische Karlsbarer Kuranwendungen erhalten, darunter die berühmten Heilgasinjektionen und trockene Kohlendioxidbäder, Perlbäder, Unterwassermassagen, die schottische Charcot-Dusche und vieles mehr. Buchen Sie Ihren Aufenthalt und Ihre Behandlung im Kurhotel Malta zu den günstigsten Preisen auf sanatoriums.com.